Guten Morgen und herzlich willkommen zu Morgenandacht. Am vergangenen Wochen haben mich gleich einige gefragt nacheinander im Laufe der Tage, Jakob, was muss ich tun, wenn ich sehe, dass er mich sündigt? Diese Situation kennen wir alle, oder? Was muss ich tun, wenn ich sehe, dass jemand lügt, dass jemand einen anderen austrägt, dass jemand anderen verachtet, wenn er schimpft, wenn er einen Wutausbruch hat, wenn er mit jemand anderem flirtet, erotische Andeutungen macht, wenn ich sehe, dass einer den anderen austrägst, ausnutzt, und wenn er einfach faulenzt, während er arbeiten lernen sollte, wenn jemand betrügt, etwas vortäuscht, was er ganz sicher nicht machen wird, wenn jemand etwas erschleicht, wenn ich merke, dass er Gesetze übertritt, was mache ich, wenn jemand seine Pflichten, die er hat, ignoriert, wenn jemand weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, wenn jemand über einen anderen ablästert, was muss ich tun? Nun, Sündenkataloge haben wir in der Schrift einige. Ich möchte einen davon vorlesen, Römer Kapitel 1, da wo Apostel Paulus davon redet, wie es dazu kommt, dass wir sündigen, spricht er am Ende dieses Kapitels auch darüber, was so alles dazugehört, was sichtbar wird von der Sünde, die in uns drin lebt. Er sagt, dass Menschen unwürdige Dinge verüben, die sich nicht gehören, dann Vers 29, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderischen Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig und so weiter. Was mache ich, wenn ich beobachte, dass jemand sündigt? Nun, hier im Galaterbrief geht es wohl vor allen Dingen um meine Geschwister. Heißt das, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, oder andere Übersetzungen, wie die Gute Nachricht, schreibt Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, wenn du merkst, dass jemand aus deinem Umfeld in Sünde fällt, was machst du dann? Das Erste, was wir uns merken müssen, das verlangt Mitverantwortung von mir. Wenn ich Zeuge von einer Sünde werde, dann ist einfach ignorieren, so tun, als ob nichts wäre, genau das, was ich nicht tun soll. Nicht einfach wegsehen, nicht einfach untätig bleiben. Gerade dann, wenn es einer von uns, von Geschwistern tut, dann ist es nur logisch, nur selbstverständlich, dass es mich etwas angeht. Wir merken das ja auch an unserem Körper, wenn ich mich hier verletzt habe, ja, dann ist es ja nur mein linker Unterarm. Man könnte ihn ja ignorieren. Aber was passiert in der Regel, du hast dich verletzt und dann? Ja, sofort tritt der Körper in Aktion. Die Schulter, der Oberarm tragen diesen Arm in Sichtfeld, dass du dir das anschauen kannst. Manchmal gleichzeitig schnellt die rechte Hand dahin, um das abzudecken oder anzufassen, das zu beruhigen. Ja, wir fangen sofort an, irgendetwas daran zu tun. Nun, wenn einer von uns in Sünde fällt, dann bedeutet es, dass der Leib Jesu verletzt ist, angegriffen ist und ich gehöre dazu, es betrifft mich auch. Ich kann nicht einfach das ignorieren, ich kann das nicht einfach links liegen lassen. Es muss mich beschäftigen. Ihr, die ihr geistlich, sagt Apostel Paulus, kümmert euch darum. Wir kommen in den nächsten Andachten nochmal darauf zurück. Was heißt ihr, die ihr geistlich seid? Was meint Paulus damit, wenn er jemand als geistlich bezeichnet? Aber heute, lasst uns noch einmal sehen, was so Sünde ausmacht. Die Bibel hat eine ganze Reihe von Begriffen, mit denen sie Sünde beschreibt. Der meistverbreitete Begriff ist Hamartia. Und Hamartia heißt wirklich, wie gesagt, Zielverfehlung. Das heißt, wenn ein Mensch am Ziel vorbeischießt, wenn er sein Leben so gestaltet, auf die Situationen so reagiert, dass es nicht zum Ziel führt, oder wie wir heute sagen, nicht zielführend ist, dann ist es bereits Sünde im Verständnis der Bibel. Es geht bei der Sünde nicht nur um Übertretungen. Sicher, auch ein Begriff, den die Bibel gebraucht. Eine Gesetzlosigkeit, Anomia, oder eine Übertretung. Dass wir ein konkretes Gesetz übertreten. Das bezeichnet die Bibel sehr wohl als Sünde. Aber nicht nur das, sondern auch alles, was keine direkte Übertretung ist, aber auch nicht zielführend ist. Merken wir, dass die Bibel viel radikaler ist im Sündenverständnis als wir? Und wenn wir diesen Begriff einfach uns vor die Augen malen, dann wissen wir, wenn ich merke, dass er etwas tut, was nicht zielführend ist, bedeutet das, dass er am Ziel vorbeischießt und Gefahr läuft, am Ziel vorbeizulaufen. Das heißt, perspektivisch gesehen, er ins Leere läuft oder noch schlimmer, an Gott vorbeiläuft, in eine ewige Leere und Nichtigkeit läuft. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht einfach wegschauen, nicht einfach ignorieren, wegstecken, jemand hat gesündigt, sondern das begreifen, jetzt bin ich dran. Zumindest mit dem Beten für diesen Menschen. Fangen wir damit an. Dass wir für die Menschen, die wir gesehen haben oder gesündigt haben, dass wir für sie beten. Und nächstes Mal schauen wir mir noch mehr an, was wir tun können. Gott segne dich, aufmerksam und mit einem mitleidenden, mitfühlenden Herzen, saftmütigem Herzen, deine Mitmenschen wahrzunehmen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!